In euren Woolworth-Filialen das schönste Geschirr, um zu frühstücken, um zu brunchen. Wir haben hier eine traumhaft schöne Schale in einem Durchmesser von 16 Zentimetern, draußen mit einem floralen Relief und innen in schwarzem Dekor, blumenhaft auf weißem Porzellan gedruckt mit einer Pet-Printing-Technologie. Spülmaschinen fest, Mikrowellen geeignet und jetzt kommt der absoluter Kracher für 3 Euro. Und es gibt ein Riesensortiment von diesem neuen Porzellan in euren Woolworth-Filialen.